Kroppenstedt ist eine Stadt im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Sie ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Westliche Börde. Geografie Die kleine Stadt in der Magdeburger Börde liegt zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Harz. Die nächstgelegenen Städte sind Oschersleben 15 km nordwestlich, Halberstadt 20 km westlich und Quedlinburg 24 km südlich. Sie trägt den Beinamen Reithufenstadt. Geschichte Erstmals wird Kroppenstedt am 25. Mai 934 in einer Urkunde erwähnt mit der König Heinrich I., dem Grafen Siegfried im Schwabengau seine Besitzungen in Gröningen, Kroppenstedt und Ammendorf schenkt. Nach Siegfrieds Tod ging die Herrschaft über diese Gebiete an das Kloster Korweienhöxter, unter der Bedingung, dass in Westgröningen ein Filialkloster gegründet würde. Später gingen Teile in den Besitz des Bistum Halberstadt über. Stadtrecht erhielt Kroppenstedt im Jahr 1253. In der Nähe von Kroppenstedt gibt es vier Wüstungen. Nienstedt im Norden Ammendorf im Osten, Wendlingen im Nordwesten und das später wieder besiedelte Dalldorf im Südwesten. Einwohnerentwicklung seit 1990-1995-2006, Stichtag jeweils am 31. Politik, Stadtrat nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 setzt sich der Gemeinderat folgendermaßen zusammen. Das Wappen wurde am 10. August 1995 durch das Regierungspräsidium Magdeburg genehmigt. Blasonierung Das Wappen von Kroppenstedt entstammt einem für das Jahr 1359 belegten Siegel mit der Umschrift S. O-P-I-D-I-M-C-R-O-P-P-E-N-S-T-I-D-E Der Heilige Martin als Symbol war der Schutzheilige der Kroppenstädter Stadtkirche. Wie es bei zahlreichen Städten und Gemeinden der Fall war, wurde ursprünglich christliche Motive im Siegel verwendet und später auf ein Wappen übertragen, auch ohne dass hierzu eine staatliche Legitimation erteilt wurde. Das Redesign des Wappens wurde vom Kommunalheraldiker Jörg Mansch gestaltet. Infrastruktur Gegenwärtig führt noch die Bundesstraße 81 durch Kroppenstedt, ebenso die Landesstraße 66. Ab dem 4. September 2007 wurde die Ortsumgehung Kroppenstedt der B81 gebaut. Die Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Kroppenstedt im Zuge der B81 erfolgte am 18. November 2008 um 15.30 symbolisch. Die Umleitung des Straßenverkehrs auf die neu gebaute Ortsumgehung erfolgte erst mit eintretender Helligkeit des 19. November, da Risiken infolge einer plötzlichen Änderung der Verkehrsführung bei einsetzender Dunkelheit zu befürchten waren. Die Verknüpfung der B81 neu und der B81 alt am Knotenpunkt Kroppenstedt-Ost wurde dann bis zum 18. Dezember 2008 hergestellt. Kultur und Sehenswürdigkeiten In der ehemaligen Knabenschule aus dem 15. Jahrhundert befindet sich heute das Heimatmuseum der Stadt. Das Mehrgenerationenhaus ist eine Begegnungsstätte für alt und jung. Es befindet sich auf dem Turnplatz, Gedenkstätten Gedenkstein auf dem Ortsfriedhof für die drei örtlichen Opfer des Faschismus Max Kasperinsky, Wilhelm Förs und Julius Freiberg, sowie elf KZ-Häftlinge eines Todesmarsches aus dem KZ Buchenwald, die im April 1945 von SS-Männern ermordet wurden. Gedenkstein auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof auf dem Anger, der an die jüdischen Opfer der Shoah erinnert. Bauwerke besonders zu erwähnen sind Das Freikreuz Ein barockes Sandsteinkreuz, das als Symbol der Städtefreiheit und Ort der Richtbarkeit in dieser Form einmalig ist. Die St. Martin-Kirche, welche die Stilrichtungen Romanik, Gotik, Renaissance und Barock miteinander verbindet. Sie ist zudem mit einer von Esaiange-Compagnos gebauten Orgel ausgestattet. Die alte Schule Ein Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, das heute als Heimatmuseum dient. Das Kroppenstädter Rathaus, dessen älteste Teile aus dem 16. Jahrhundert stammen. Die Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert mit dem Eulenturm, einem von ehemals drei Stadtturtürmen und der teilweise sehr gut erhaltenen Dope-L-Mauer mit insgesamt vier Wehrtürmen. Die Kulturdenkmale der Stadt sind im örtlichen Denkmalverzeichnis aufgeführt. In jedem Jahr findet am 3. Oktober das Freikreuzfest statt. Es handelt sich dabei um ein Volksfest mit mittelalterlichen Markt und historischem Leinspiel. In Kroppenstädt wurden geboren Ludolf von Kroppenstädt von 1192 bis 1205 Erzbischof von Magdeburg, Johannes Schaaf, lutherischer Theologe und Philosoph, Georg Ackermann, Zeitzeuge der Einläscherung Magdeburgs und Richter und Bürgermeister v. Kroppenstädt, Johann Friedrich Damaskantor, Musik- und Gesangslehrer, Georg Müller, Waisenhausleiter, Gustav Könnecke, Archiver und Literaturhistoriker. Der Naturforscher Eduard Nese betrieb in Kroppenstädt zeitweise den Schumann-Schengasthof. Verkehr Kroppenstädt hatte einen Bahnhof an der stillgelegten Bahnstrecke Aschersleben in Hagen. Kooper Kroppenstädt wurde Untertitelung des ZDF, 2020